in 64 Sorbetland mit schönen Pinguinen in Anbetracht in der Kälte von Donkey Kong mal sehen wie wir hier abschneiden wahrscheinlich nicht gut und ja der Diddy Kong der ist ja gut geflogen und ja ich auch und oh je hier fliegen mal einige Leute meine Damen und Herren hier fliegen einige Leute und ich geh mal hier entlang und hol mir hier das Item so klar und ja bombe 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 fahr rein verdammt ey ich hab's doch heute mit dem ey ey äh ich hab's doch heute mit dem Kugel Willis oder? die Kugel Willis zieh mich magisch an was ist mit dem Stern ey? kommt der jetzt zu mir oder wie? oah ich brauch einen dummen Weg heute Heute ist nicht mein Tag, Leute. Heute ist nicht mein Tag. Heute ist der Tag, wo ich auf die 5000 wiederkomme. Ich sehe es schon, komm. So, tschüss. Weg mit euch. Weg mit euch. Komm, du bist klein. Tschüss mit dir. Tschüss. Ja, tschüss. Ja, Wolke. Jawoll. Meine Lieblings-Leute. Haha, ich habe sie noch gegeben. Geil. Wollte ich eigentlich gar nicht, aber okay. So kann man es auch machen. Oh, ey, von vorn. Ich hasse diese Redshade. Hey, kein Kugel, die hat mich getroffen. Meine Güte, das ist ja mal ein Wunder bei mir. So. Boah. Boah. So. Und baam. Na, schade. Ey, ich treffe keinen toll. Und der Kugel will die. Ich bin ein gut behölt. Bin auf dem vierten, fünften Platz. Vierten Platz. Oh Gott. Geht hier richtig spitze zu, ja. Pau. Komm, miese Stelle, miese Stelle. Haha, tschüss. Dritter Platz. Komm, dritter Platz. Kann man noch halten. Alter, jetzt. Nein. Boah, dann kriegst du noch einen Turbostart hin, ey. Jetzt wird ein Kugel will die bringen. Jetzt wird ein Kugel will die extrem viel bringen. Ach, hier. Item, item, item. Was will ich mit einem scheiß Blitz, ey? Boah, Gott. Schieb keine Item mehr. Nein, ihr verdammten Kack-Geilen, ey. Man. Eigentlich alles unverdient, aber okay. Nichts dran. Cooper Cup. Meine Hoffnung. Naja, nicht wirklich, aber... Na, wir wollen hoffen, ne? Ach, Mann, meine Punkte. Jetzt habe ich schon 600 Minuspunkte. 600 Minuspunkte. Geht's noch schlimmer? Ja, geht es. Alles, was man sich aufgebaut hat, geht langsam kaputt. Aber... Da ja MKW bald eh... Passier ist... Für mich zumindest, also... Ich werde, wenn Online jetzt weg ist... Also, ich spiele ja nur noch, wenn ich Let's playe. Sonst spiele ich keine Mario Kart mehr. Ähm... Weil, ich weiß, mit Online catcht es nicht mehr wirklich, weil... Ich mich nur noch einfach nur zum Aufregen bringt. Was... Wenn man sehr viel Spaß hat, nicht so geil, dass man aufregt oder so, ne? Ich mach's ja nur noch, wenn ich Let's playe. Wenn ich so aufregend, wie ich grad eben mich aufgeregt hab, bei der GWA. Bausausfestung 3, dann ist es auch nicht so geil. Also... Tut mir irgendwie nachher ein bisschen leid, weil... Das wollte ich eigentlich nicht wirklich so, aber... Es hat mich gezwungen, weißt du? Und ich hoffe, mir ist es verziehend. Selbstverständlich. So. Ach, schade, ich würde noch... Alter. Nicht die Kontrolle verlieren. Ich kenne doch hier so einen bekannten Litch hier. Also, das ist aber von MKW... MK7, 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 ja. MK7, natürlich. So. Und... Ey. Oh, du. Dampfer, kack. Und da krieg ich noch... Na, guck, ich will verarschen, ja. Dreckspiel. Also, das mit dem Dreckspieler, das ist nur ein bisschen Humor gemeint, ne? Also. Ja, komm. Ey. Mumor. Da ist doch scheißegal. Da zieht mich einfach gerade ein bisschen runter. Muss ich aber ehrlich sagen. Okay, das ist okay, dass er gerade am Ende war von mir im Dummen gemacht, aber... Ist aber egal. Ich würde sogar so, letzter. Lassen wir sogar hier treffen, ey. Mein Gott, hier habe die komplette Motivation verloren. Oh Gott. So, weg. Vielleicht, vielleicht geht noch was, vielleicht geht noch was, vielleicht geht noch was. Vielleicht geht noch was. Na, noch ist was möglich. Ja, okay, gut, 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 gut. Pilz. Schau mal was Gutes, jawohl. Schau mal das Item hier mit. Ja, okay, drei Pilze, dann kann man was anfangen. So. Ja, komm. Aber wieder drei Pilze. Ein bisschen bessere Seite. Komm. Ah, Goldpilz. Und dann kommen wir ja was anfangen. Obwohl hier nicht mehr. Ne, nix mehr. Das war's schon. Alter, was passiert denn da? Oh. Ja, ihr seht ja schon, wie einer die ganzen Punkte kaputt machen kann, ey. Ja, ich kann nix mehr machen, ey. Verdammt, verdammt, verdammt. Verdammt. Das ist langsam nicht mehr lustig. Ich hab' mich aus dem Raum. Nächstes Rennen. So, Regenbogen Boulevard. Und zwar zu zweit. Ja, neuen Raum gefunden, also. Noch tiefer kann man ja nicht mehr sinken. Ich hab' mich damals riesig gefreut, als ich die 8000 geschafft habe, aber. Tja, wir müssen machen, ne? Ja. Hä? Was ist jetzt los? Naja. Ich kann mich auch nicht wirklich konzentrieren, also. Ich bin einfach nur fassungslos, was da grad passiert ist, also. Ich bin erstens sauer auf die Scheiße mit GDA, ähm, GBA. Äh, Gursausfassung 3. Aber, naja. Willste machen, ne? Wart, willst du machen? Aber das war mal ein Rage-Out von mir. Damit hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, wieso mal ausraste. Aber, das hat mich irgendwann zum Kochen gebracht. Wo ich über ein ernstes Thema reden wollte und dann, naja, kommt sowas. Müssen wir mal sehen, ne? Ich bin auch ein bisschen froh, dass es so... Ich bin zwar traurig, dass es irgendwann vorbeigeht, aber ich bin auch froh, dass es vorbei ist. Und mal sehen, wie der MK8-Raum ist, also. Ach, man, man, man. Ich weiß auch nicht, ob ich das auch so lange durchziehe, wie ich das in den MKW gemacht habe. Ähm, gleich höre ich das nach einer Zeit mal auf, oder so. Das weiß ich ja nicht. Ich hab's ja immer zweimal pro Woche gebracht, also. MKW war so ein Standard-Ding von mir. Ich hab's noch mal eine Zeit lang nicht gebracht, wo ich extrem so auf dieses Spiel wurde, weil es mich einfach angepisst hat. Oh, naja. So ist es halt. Und ja, ich leg hier meinen massenhaften Vorsprung auch, aber es ist halt schwer beim 5.500er. Also, das ist ja auch wirklich. Aber alles ist ja auch ganz okay, aber ich verstehe nicht, warum der auch die Schrecke wäre, wenn er nicht so gut beherrscht, wie ich das sehe. Oh, naja. So ist es halt. Ich schieß mir auch mal runter. Die braucht ihr eh keiner mehr. Ah, also ich freue mich auf jeden Fall riesig auf MK8. Nicht wirklich auf die Online-Modus, sondern auf die Strecken und so. Natürlich auf den Online-Modus, wie der so gemacht ist und so. Und ja, wäre cool mit euch zu fahren, also. Wenn ihr euer MK8 habt, oder wenn ihr euch schon vorbeschaltet habt, schreibt es mal in die Kommentare an. Könnt ihr mir eure ID geben und so und dann kommt ihr da. Ja, du bist so ein wunderbarer Mensch. Okay, er hat aufgegeben, wahrscheinlich. Naja. Vielleicht kommt noch zum Ziel an der Entspannung. Das wäre der Ort. Ja, ich habe mir auch gehört. So. Gut. kommt dann noch kommen wir dann zu wissen jetzt so kommt wenn er dann hätte ich dachte wollte noch dance vielleicht aber naja wir kriegen fünf fußpunkte auch sieben großzügig mein gott das gleiche noch mal meine mann ach gott leute ich glaube ich mache nach dem rennen mal pause ein bisschen kaputt irgendwie ich weiß nicht heute doch kein guter aufnehmen tag werden zwar nur falls verfolgen sein aber okay er ist okay er ist so ist halt nur weißen also ich war eine harte worte ein ich habe drei arbeiten die arbeiten geschrieben zwei verraten die hohe toll schon ist der erste platz weg mein gott wo man immer so ein fehler nein warum fall ich da so einer dummen stelle und daher ganz ehrlich schießt man stark nach vorne wir sind noch drei aber auch vier so gut nach vorne damit joa klar geht irgendwo da nach unten obwohl ich noch gar nicht hätte die ich gesehen habe schade schade dann komm schon den kriegen wir noch ein bisschen spannend das ist überlegen ich bin schon mal runter gefallen welch anders so jetzt jetzt kriegen wir den jetzt habe ich den aber eigentlich das spannend komm komm so komm oh geil geil gezogen ich brauche ein item so gut komm ja ich glaube er hat gewonnen doch doch komm er hat es verdient oder mit dir äh was ist los hat er Maxi gehen ich darf schon mal runter Maxi gehen ach er hat den einen beschleunigten ich habe den auch nicht mitgenommen oh ne potzen ah schade naja dann melde ich mal diese online session für heute mal ja ich bin trotzdem Minuspunkt ihr Affen naja Donkey Kong hat heute nicht so viel Glück gebracht tja ja tja ja naja plus 5 zum Abschluss ist ja auch nicht schlecht naja dann bis zum nächsten Mal Leute und ciao